Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute etwas erzählen über die zusätzlichen Energien der Heilsteine in der neuen Zeit. Dass Steine heilende Eigenschaften haben, das ist ja schon lange bekannt. Und diese sind auch in tollen Büchern niedergeschrieben worden. Diese Heilenergien sind nach wie vor alle aktuell und richtig und stimmig. Doch sind neue, scheinbar neue, zusätzliche Energien dazugekommen. Ich sage jetzt deswegen scheinbar, weil die Energien nicht neu dazugekommen sind. Sie waren schon immer in den Heilsteinen angelegt, doch sie wurden erst in den letzten Monaten aktiviert. Durch den Anstieg der Energie von Mutter Erde und von uns ist es eben jetzt möglich, dass weitere Energien der Heilsteine hervorkommen, dass sie uns auf unserem Heilungsweg unterstützen können, auf unserem Aufstiegsweg. Also mir ist es wichtig zu erwähnen, dass diese Energien schon immer angelegt waren und erst jetzt aktiviert werden. Wir dürfen das so verstehen, zu verschiedenen Zeitpunkten werden immer genau jene Energien in den Heilsteinen aktiviert, die in der Jetztzeit richtig und hilfreich für uns sind. Ich finde es persönlich wichtig, diese Energien der Heilsteine der neuen Zeit zu kennen und sie auch zu nutzen. Wenn das für dich auch interessant ist, dann kannst du die Heilsteinbeschreibungen der neuen Zeit bei mir auf der Homepage www.gesundheiterhalten.at gerne gegen einen kleinen Energieausgleich von 7 Euro als PDF-Datei herunterladen. Ich hätte jetzt auch ein Buch schreiben können, das habe ich zuerst auch vorgehabt, aber dann bekam ich die Information, dass ein Buch nicht erweiterbar ist und dass die Energien aber noch ständig angehoben werden und immer noch weitere Energien aktiviert werden. Das heißt, wenn du dir die PDF-Datei einmal herunterlädst mit den Heilsteinbeschreibungen der neuen Zeit, die jetzt ungefähr 250 Heilsteine umfasst und dann ca. auf 120 A4 Seiten und du dir deine Benutzerdaten beim Einstieg, beim Herunterladen der Datei aufschreibst und vormerkst, dann kannst du die Datei über deine Benutzerdaten jederzeit und immer und immer wieder gratis herunterladen. Also es ist wichtig, bitte notiere dir deine Benutzerdaten und dann kannst du die Datei jederzeit gratis aktualisiert herunterladen. Ich werde natürlich die Heilsteinbeschreibungen ständig aktualisieren. Sobald ich weitere Eingebungen bekomme, werde ich das dazuschreiben. Ich habe ja in den letzten Monaten diese Heilsteinbeschreibungen der neuen Zeit mit Hilfe der geistigen Welt gemeinsam aufgeschrieben und jetzt ist es an der Zeit, sie zu veröffentlichen und darum ist die PDF-Datei jetzt auch über die Homepage zu erwerben. Fühle einfach, du kannst die Energien auch selbst fühlen, wenn du dir Heilsteine kaufst oder wenn du sie verwendest, welche Energien zusätzlich vorhanden sind. Wenn du auch nachlesen willst, dann schau bitte einfach und lade dir die PDF-Datei runter. Viel Freude wünsche ich dir damit und auch ganz viel Freude und ganz viel liebevolle, kraftvolle und heilende Energien mit den Energien der Heilsteine in der neuen Zeit. Diese sind wirklich, wirklich, wirklich sehr kraftvoll und sehr liebevoll. Bitte fühle es und bitte nutze es. Viel Freude und alles Liebe. Eure Eva Asamay Eure Eva Asamay Victor Vielen Dank.